Wer Lethal Company liebt, wird Content Warning umso mehr lieben. Maxify, Fufu und ich haben beschlossen, das Spiel direkt nach Release zu spielen und die Aufgabe besteht darin, dass wir mit der Hilfe einer Videokamera in eine gruselige Welt reisen, um dort alles für die Klicks zu filmen. Bedeutet also, umso krasser die Monster, so erbärmlicher die Tode, umso mehr Klicks gibt es auf YouTube. Das Ganze brennt man anschließend auf eine CD und schaut es sich zusammen an. Und da kommt unter anderem sowas hier raus. Das Game hat extrem großes Suchtpotenzial und ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Video sagt und vor allem zu diesem Game, denn es wird grandios. Denn am Ende heißt es alles für die Klicks. Deswegen lasst ein Like und ein Abo da. Ja! Kommt mal her, stellt euch mal hin, stellt euch hin, ich lese vor. Okay. Der Plan. Runter in die alte Welt. Zwei. Etwas gruseliges Filmen. Ich hab ne Frage, ich hab ne Frage. Ja, was denn? Was denn? Was ist die alte Welt? In der Welt, in der es noch kein Internet gab und alles besser war. Kinder, ruhig. Kannst du zweitens noch mal reden, äh, vorlesen? Ach, witzig. Wir wollen heute versuchen, grünt zu werden, okay? Klufubo, wir kriegen das hin. Reicht es zusammen. Ja, geil. Okay, geil. Hier ist irgendwas offline. Können wir irgendwas anschauen. Was ist Spurktube? Spurktube. Witzig. Okay. Ist das vielleicht schwedisch? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Ich bin bereit. Dann betreten wir jetzt die Welt. Oh. Kameras! Okay, Taschenlampen und Kameras. Hat ihr auch keine Ahnung? Äh, ne. Wir haben nur eine scheinbar. Ach du Scheiße. Gibt's echt nicht mehr? Du bist Kameramann. Du hast deine Taschenlampe aber vergessen, ne? Ich bin bereit. Nur einmal Lächeln. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gehen wir mit den zwei Psychos hier in die alte Welt und hoffen, dass wir ganz viele Klicks machen. Ich bin nicht kacke. Abonniert nur mich und lasst einen Daumen nach oben da. Danke. Nur, ich hab vergesst, ob auf den verdrücken war. Darf ich mal kurz die Kamera haben? Ich kann mich selber filmen. Ich will auch ausbilden. Siehst du die Selfie-Cam? Nein. Ich film jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Content machen. Horror-Content mit Fufu und Gnu. Jaa. Hallo. Hallo. Sehr cool, sehr cool. Hallo. So, aber was wird denn das? Die Leute sind so... Alle wollen so the same, ne? Das ist so richtig... Oh, da ist einer der Dreispalte. Das ist... Ich will nicht filmen, Fufu! Das ist Fufu und das ist Gnu. Yay. Ich bin Fufu. Und das ist Gnu. So, das war unser... Das war unser Intro. Darf ich mal kurz reinglubschen, wie das aussieht, wenn man die Kamera hat? Dann gebe ich es dann nachher mal Fufu, dass wir es mal sehen, weil das ist mega cool. Aber schade, dass wir nur so... Auf G, oder? Ist aber schade, dass... Ach, das ist ja nice. Witzig. Ich kann echt aufnehmen. Aha. So kann ich auch ranzoomen, ne? Ja. Geil. Geil. Maxi. Kriege ich ein bisschen Klicks von dir ab. Hm. Genau das wollen wir auf dem Thumbnail sehen. Oh, Maxi. Wie bist du denn in den Selfie-Modus gegangen? Ja, ich glaube eher... Recht oben steht das, glaube ich. Ah ja, geil. So. Wie witzig, dass ihr da auch drin seid. Das heißt, auch wenn man wegrennt vom Monster und in den Selfie-Modus gehen, ne? Ah. Hier, schau mal, Fufu, wie es aussieht. Alles gut, ich kenn das. Wie kann ich dir das droppen? Cool. Da, schau mal, das war lustig. Hallo, Fufu. Ich bin Maxi. Drück mal R oder Q. Yay. Also, das find ich besser. Was steht da? Unge. Unge ohne E. Guck mal, da hinten... Oh, wir können hier was bestellen. Guck mal, wir können mehr Kameras bestellen vielleicht. Ja, mehr Kameras. Ähm... Mehr Winkel. Ihr habt gar nicht aufgenommen. Du hast nicht aufgenommen. Ich hab aufgenommen bei mir. Lichter, Gadgets. Okay, ich nehm auf. Clapper. Wir können sogar... Boomlight. Wir haben sogar ein Mic. Was ist denn das hier bitte? Wir können richtig geilen Film machen. Gesten haben wir auch. Können auch posen. Wir können uns die Maus... Hey, wir können ja voll viel machen bei dem Spiel. Haben wir überhaupt Gates? Ne, wir müssen jetzt erstmal rein in die alte Welt. Sind das Microtransactions? Sind das Microtransactions? Mh. Mh. Okay, dann lass mal gehen. Was ist hier? Ah. Es ist noch... Tür schließen. Tür schließen? Soll ich die Kamera oder wollt ihr die Kamera? Ich würde sagen, Maxi, der kennt doch dieses Vlogging-Stuff so. Ja, was hältst du hier wieder gut? Bombastik Side-Eye. Wir machen den Fisch-Eye-Effekt, okay? Ja. Oh Gott, Hilfe. Das ist ziemlich dunkel hier. Ja, das ist die alte Welt. Schaut auf einmal so anders aus. Furchtbar. Okay, Leute, wir befinden uns jetzt im Tunnel. Wir werden jetzt gleich reingehen. Kno, bist du bereit? Ja. Okay, wir sind gedreht. Geh rein. Öff die Tür. Ähm, okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das schaut voll gut. Alter, das ist voll beruselig. Die erste Schritte werden hinten. Da hat sich was bewegt. Ach Gott, Hilfe. Ich hab Angst. Hast du das gesehen? So Angst. Da hinten. Okay. Oh Gott, ich wusste gerade nicht, ob das eure Schritte sind. Ey, wir haben nur 30% Filmen jetzt, merke ich gerade. Ich darf halt ganz selten nur filmen. Oh, okay. Verrückt. Dann lass mal. Und Batterie. Ist auch bei der Taschenlampe. Dann gehen wir mal rein in diese gruselige Schule. Was soll das sein? Okay, auch so Angst wie ich. Ey, da ist jemand. Hallo. 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 Oh Gott, wie sich das andere mit dem Sound ist. Aber cool gemacht. Der Sound ist super. Aber cool, dass unsere... Was, du hängst fest, oder? Populetten nicht angesagt. Populetten nicht angesagt. Der Sound ist super. Oh, geil. Hallo. Hallo. Oh Gott. Haben wir die Treppe runter? Nein. Ich habe gerade so komische Vibes. Maxi, von unserem damaligen Erlebnis. Ja, aber das müssen wir wieder wiederholen. Das ist der Sinn der Sache. Oh, das ist das Süße. Du mich so anschaust mit deinem kleinen Smiley. Um 5 Uhr ist heute Thomas. Ich glaube, Fufu bringt uns alle um. Hallo, Fufu. Alright, ihr geht mit der Arbeit. Okay, ist das anscheinend in der Schule. Oh Gott, Hilfe. Warte, hört ihr was? Oh! Oh mein Gott, das Fufu. Einzel, der steht einfach. Ich will hier im Ventil. Hier geht's lang. Oh oh. Oh. Das ist halt auch alles so... Ich würde sagen, Fufu geht vor. Okay. Wo lang? Oh, 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 oh. Was? Ich... Oh mein... Ah! Ah! Mach die Kamera ran! Mach die Kamera ran! Ich halte euch! 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 Geht euch mal mit! Okay, gut, gut, gut. Der Fred Beck! Nein! Oh Gott! Das war ein Follower! Ich hab ihn drauf! Wo ist er jetzt hin? Der hat sich so in die Cam reinlaufen dann! Wir kriegen ihn so nicht auf den Weg! Sorry! Wollen wir überhaupt wissen, wer er ist? Oh shit, meine Batterie! Oh oh! Ich hör doch hier was stapfen! Ich auch! Boah, die tausten aber echt gut, ne? Ja! Auch, dass du sowieso unter so einem Helm dich anhörst! Ja! Nee, den film ich jetzt nicht! Ich hab nur noch 18% filmen lässt! Wir haben zu viel Selfie gefilmt am Anfang! Ja, verdammt! Wurden sie nicht! Okay, bist du zur Tour? Ja? Ja! Bist du zur großen Tour? Ja! Ich hab keine Batterie mehr! Hier, nimm mal nicht! Hier, hier! Müssen wir ja nicht irgendwas einsammeln? Oder warum haben wir so viele Inventare? Ah, für Sachen, die wir später kaufen können, ne? Oh oh! Also die Skiles sind nicht im Inventar drin gewesen! Ey, ich kann nicht vorgehen! Mein Gott! Ist ja keine Taschenlampe! Ich glaubt ihr, wir finden überhaupt wieder zurück? Äh, ja, ich hab den Weg gemerkt! Flur hinter dir! Oh, ich hasse dich! Oh, ich hasse dich! Das ist gar nicht! Der ist nicht! Hier sind so viele Wege! Wir bräuchten noch mehr Kameras dort, wirklich! Ja, wir müssen Geld verdienen! Ich dachte, es wird immer schwerer im Weg zu merken, ne? Aber es ist immer noch drin! Also, ich merke mir hier grad gar nichts! Ja, ich weiß genau, wo es lang geht! Boah, die Effekte sind geil, ne? Die Sounds! Ja, wir gehen zu! Hallo! Was ist eigentlich unsere Ozenanzeige? Äh, unsere Luft! Ich hab deinen Rücken so eine Hälfte! Blum, zeig mal deinen Rücken! Ja, ich mein... Hälfte! Sauerstoff! Was passiert, wenn die leer ist? Dann ersticken wir! Glaub ich! Hä, wieso geht die Tür hinten auf? Oh Gott, Hilfe! Also, da kann es schon richtig gejumpscared werden hier, ne? Zum Glück haben wir so leuchtende Dinger! Hier ist nichts drin! Hier ist ein Moskopf! Vielleicht müssen wir ein... Ja! 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 Ich dachte, da wäre etwas in Gang! Mixi? Wieso lauft ihr jetzt da lang? Weiß nicht! Wir brauchen doch Material! Wir wollen doch Fame werden! Ja, wie du... Wir müssen doch langsam den Weg zurück wiederfinden, ne? Ja, klar! Wir müssen nur noch zurückgehen! Nur zurückgehen? Ja, das haben wir gefilmt! Das reicht vielleicht schon mal für den Anfang! Ich weiß es nicht! Da waren ja wir wahrscheinlich auch drauf, oder? Also, irgendwas riesiges hätte ich schon gern! Bisschen Sauerstoff haben wir ja noch! Aber gut, wir sollten schon zurück, ne? Ey, da ist die Tür aufgegangen! Oh mein Gott, was war das? Hä? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Wohin? 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 Ich habe keine Batterie mehr! Ich weiß nicht! Ich weiß wohin! Ah! Da ist es wieder! Maxi, Felix! Jetzt wird weg! Ja, ich habe gewünscht! Das runter! Wir müssen... Wir müssen einfach zurück! Ich weiß aber nicht wo! Ich auch nicht! Ich habe keine Batterie mehr, Mann! Da unten ist ein Licht! Ich sehe nichts! Wo seid ihr? Okay, also nächstes Mal besser mit der Batterie umgehen! Lang! Lang! Vertraut mich, ihr lang! Ich glaube, wir werden gerade verfolgt! Alle, du bist nicht bei O2! Wir sehen O2 unterlevel! Ich glaube, wir dürfen nicht sprinten! Wenn ich das sehe! Ach so! Geht... Ne, ne, ich bin ja gleich... Oh Gott, Hilfe! Wir müssen unbedingt raus, ne? Ja, mit Sprinten geht das schneller runter! Scheiße! Zu viele Erkenntnisse, die wir zu spät gemacht haben, verdammt! Ich habe mich verlaufen! Nein! Ich weiß nicht, wo es lang geht! Hier lang! Hier lang! Ja, ja, hier ist auch richtig! Ja, ja, genau da war ich! Hier waren wir! Ich erinnere mich an die zwei Räder! Was? Wo? Ihr seht nicht! Wo? Nehmen wir den Brustkorb nicht mit? Der Brustkorb ist gespielt! Ich glaube, das ist richtig hier, ne? Shit! Hä? Wo müssen wir lang? Wartet auf mich! Hey, vielleicht haben wir trotzdem einen guten Film! Links wieder rechts! Links? Ja, okay, dann links! Also, auf Schulergesinck wäre stark! Ich glaube, wir tun... Oh, schon wieder Brustkorb! Den nehme ich mit! Wenn du... Lass dich, die waren wieder nicht! Ich... Ich habe... Ich habe gleich keine Dinge mehr! Ah! Ah! Ding! Ding! Was? Was? Oh mein Gott! Ey, was da... Ich habe drauf, Fufu! Oh nein! Fufu! Können wir dir nicht irgendwie helfen? Warte, vielleicht kann ich den Brustkorb drauf schmeißen! Wie kann ich schmeißen? Fufu! Wie kann... Wie kann... Wie kann ich werfen, Fufu? Ich weiß es nicht! Fufu, wie kann ich schmeißen? Warte, ich kann nichts tun! Ich verliere langsam mein Leben! Fufu, wie hört man! Ich kann nichts tun! Bitte! Wer... Wer ist das? Wie denn? Es geht nicht! Es geht nicht! Ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als den Tod jetzt zu filmen, damit wir maximal Klicks bekommen! Machen wir kurz noch ein Selfie, eine Up-Mod, also halt so, dass du... Ja, ja! Ja, ich filme uns beide gerade! So, hey Leute, ihr glaubt nicht, was hier abgeht! Ähm, Fufu ist gerade gestorben, Maxi filmt jetzt mal kurz! Ne, Klu, wir haben keinen Nahrsauerstock mehr bis dann! Ähm, ja, wenn ihr das findet... Oh mein Gott, wir waren echt einfach nur unfassbar schnell! Ach du Scheiße! Klu, ich kann nicht mehr mehr filmen am Ende! Ey, vielleicht haben wir trotzdem ein gutes Video am Ende! Wie, aber die Kamera ist weg! Für die Nachwelt! Ja! Ähm... Wir sind wieder oben! Ja, guten Morgen! Wie kann die Rechnung für Maxi voll... Kein Geld, Leute! Wollen wir nicht einfach in dieser wundervollen Welt einfach bleiben und unser Leben chillen? Ja, ne? Okay, aber ich sag's so, wie es ist! Wir verstehen jetzt die Kamera! Ja! Ähm, nur die Frage, die ich mir gerade stelle ist, wie kriegen wir jetzt wieder... Geschäft ist geschlossen! Wir müssen jetzt ins Bett gehen! Kommt! Das war echt ein Schuss in den Ofen, Leute, ne? Ja, wirklich! Ich bin echt enttäuscht! Jetzt kriegen meine... Jetzt kriegen meine... Keine Community und eure kein Video! Schlafen! Uäh! Hahaha! Wie er reinfliegt! Hey, ich muss euch das jetzt mal angucken! Zeig mal! Oh, das stimmt besser! Guck mal, guck mal! Ich bin festliegen genug! Hahaha! Ja, die Animation ist on point! Ja! Oh, es klingelt! Dong dong! Ein Tag... Was? Ein Tag verbleibt? Nein! Ein Tag! Ein Tag! Ein Tag! Verbleibe! Offline! Okay, dann! Let's go! Wir haben hier eine Kamera mit 100%! Und eine Kamera... Und eine Flashlight! Boah! Ich hätte ihm so gute Aufnahmen drauf! Den tue ich! Wer hat denn die Videokamera? Maxi! Der Versager! Wenn wir kein Geld... Dann lass mal schnell... Lass mal nicht so weit reingehen! Hauptsache wir haben eine Sache, dann gehen wir raus und gucken mal wie viel Geld es bringt! Let's go! Ich hab mitleid, wir kriegen das hin! Nice! Okay, nochmal! Ab in die Content-Welt! Wuhuu! Spiktubers! Spikt! Es gibt nur eine Person mit Licht! Die Person mit Licht geht vor! Okay! Hast du kein Licht genug? Ne, es gab nur eine Taschenlampe! Wuhuu! Ist hier irgendwie ne Atombombe geplatzt? Ey! Meint ihr... Meint ihr... Ich mach ganz kurz so... Warte! Geht mal ganz kurz hinter mir! Ich drehe die Cam, okay? Oh mein Gott! Das ist der Eingang! Oh mein Gott! Der Eingang! Und das bin... Leute! Was? Da ist Fufu! Und da ist Klu! Und wir gehen jetzt rein! Ich hab Angst! Let's go! Aufs geht! Ach so, du sitzt ein Kameralicht sogar nach hinten! Das ist ja nice! Ja! Und jetzt... Schnell was filmen und abhauen! Wir dürfen nicht zu schnell sprinten! Ja! Sehr guter Punkt! Oh ja! Ich mag euch nicht! Ich seh's ja! Ach so, ich bin immer ein bisschen schweilig! Okay! Ich hab grad ein Junges gehört! Du hättest dir so ein TikTok gehört! Bei mir hast du das immer so... Pfff! Nimmt man Schaden? Ja! Ne! Kein Schaden! So! Starke Landung! Geil! Also, wir merken uns den Weg, ne? Hier sind die Treppen! Komm geradeaus und gehen... Ah! Ah! Mach Porto schnell! Wir fehlen mich mit der Spinne! Wir gehen wieder hoch schnell! Nein! Wo komm ich hier weg? Oh mein Gott, Hilfe! Lauf hoch! Lauf hoch! Sie kommt nicht mit! Wir können auch mal filmen! Er ist noch dort! Fufu! Oh nein! Fufu! Oh Gott, Hilfe! Sie kommt! Maxi! Maxi, wo bist du? Maxi, du Schisser! Maxi! Oben! Sie kommt, glaub ich, und wir haben Fufu allein gelassen! Guck, ob die hier hochkommt! Egal! Nein! Kommt die hoch? Wir müssen jemanden zurücklassen! Was denn da hinten? Wo ist das? Oh, da ist noch ein Monster! Maxi, vor dir! Vor dir ist ein Monster! Ich bin! Aber wie kommen wir denn wieder raus? Da hinten ist unsere Base, ne? Da müssen wir hin, ja, ja! Oh mein Gott! Hinter uns, Maxi! Lauf! Ah! Ich hänge Maxi! Hilfe, Maxi! Maxi, dreh mich auf! Maxi, du Schwein! Maxi! Maxi, komm zurück! Maxi! Du kriegst es in mich rein! Maxi! Was eine kleine, klickgeile Drecksau! Nein! Hilfe, die hat es aufgedacht! Du kleine, famegeile Du bist! Du kleine, famegeile Sau! Alter Maxi! Ich hab so gute Aufnahmen gemacht! Du verstehst nicht genug! Maxi, du bist so ein kleines, famegeiles Schwein! Ich nehm jetzt mal die Kamera, jetzt reicht's. Das Material hätte ich gern gehabt. Oh mein Gott. Wie du wegrennst und das Scheißding zieht mich wieder zurück rein. Aber ich hab dann noch ein Selfie gemacht, rausgesungen während des Laufens und hab uns beide gefilmt. Ich hab gesehen, wie du gestorben bist und dann bin ich noch weitergelaufen. Das ist wirklich pervers. Die Spinne hat mich mitgenommen. Und ihr rennt weg. Wir gehen aber schlafen. Ich glaube, wir werden jetzt eh sterben. Das war der letzte Tag. Wir haben jetzt keine Taschenlampe mehr. Ne, wir haben wieder zwei Tage. Ich glaub, das ist mal ein Reset. Okay, ich hoffe. Ich weiß nicht, was mit uns jetzt passiert. Ja Leute, da seht ihr, wie weit YouTuber gehen für den Fame. Das ist der letzte Tag. Komm, das schaffen wir jetzt. Darf ich mal die Videokamera nehmen? Was? Die Aufnahmen werden gespeichert. Wo denn? F3. Ach, deswegen schreiben wir F3. Oh, geil. Ich hab Dateien in den Ordner, wo die Dateien auch wirklich drin sind. Kann ich Full Recording drücken oder was? Warte, ich schick's mal hier rein in die Gruppe. Meine Aufnahme gerade. Das ist ja lustig. Hey, wie cool ist das denn? Das ist ja geil. Warte, ich lade das runter und spiel das in den Chat ab. Guck mal, das ist ein ganzes Video, was man am Anfang hat. Müsst mal abspielen. Ist das mit Sound? Das ist mit Sound sogar. Hey, wie cool. Moment, ich spiel das auch mal kurz ab. Ja, mach mit Ton. Ja, Moment. Ich find's schön, dass du deine Monster-Szene wirklich dauerauf genommen hast. Wie du geflogen bist. Ist das geil. Guck mal, das Video mit Zaun muss ich mal angucken. Ist echt cool. Mach ich grad. Ah, ah, ah. Ich fache so schnell. Ich füge mich nicht in den Treffungloppen. Wow, wir haben grad die Spinde getroffen. Die war übel, krass, Alter. Holy shit. Ey, du bist so ein Schwein, Maxi. Warte, was will ich jetzt mal sehen? Komm, ich gepackt werde. Du Sau. Wie du da jetzt nicht wegrenzt. Holy shit. Oh mein Gott. Ich hab 10 von 10. Ey, das ist ja richtig geil. Oha. Oha, wie episch das aussieht. Ey, das ist ja richtig sick, ne? Wie dein Ding geplatzt ist. Das ist ja genial. Hätte einer mal überlebt, ey. Witzig. Okay, komm, wir schaffen das jetzt. Aber oben beim Ausgang, Fufu, da waren ganz viele Dinge, ganz viele Monster noch. Ja. Ich hab euch zugeschaut. Ja. Ich glaub, das wird jeden Tag schlimmer. Nur die Kamera nicht da. Ja, aber wir haben es doch jetzt gespeichert, Maxi, als Erinnerung. Ja. Ja. So lustig. Nur du musst jetzt ein richtig gutes Video machen. Mach dich vertraut mit dem Setting. Ja. Drau und rein und scrollen. Mit dem Mausrad für rein und raus zoomen. Und du musst flippen. Und denk dran, linke Maustaste zum Aufnehmen, linke Maustaste zum Stoppen. Ja. Ja. Das ist die falsche Tasse. Das ist die falsche Tasse. Ja, meine Bots bitte klippen. Ich will schon kommen. Nur wirf die Kamera weg einfach. Beim wegrennen. Okay. Denk an Film. Was machst du denn da? Hä? Hä? Ey, du hängst ja voll auf dem Boden. Das höre ich öfter. Achso. Okay. Ein bisschen Angst, wollen wir nicht einfach hierbleiben? Da kommt doch eh gleich tausend. Du musst ein gutes Intro wieder machen. Okay. 行. Die, boh. Okay, Leute, wir sind gerade hier und hier seht ihr den größten Verräter hinter mir. Hallo. Hallo hier hinten. Das bin ich. Bei den grösten Verräter. Der ist der größte Verräter und hier hinten seht ihr den anderen durchgeknallten Typen. Hier, hier. Sag meine Mama und Papa, dass ich sie liebe, wenn ich hier nicht rauskomme und rächelt euch an meinem Tod. So, das war doch episch. Da haben wir doch irgendwie licht. was war das was ist was ist das weiß ich habe die kamera licht was tut man nicht alles für klicks alles für die klicks eure echten spüge über ihr spüge ist ihr was wenn wir nichts finden schmink ich mich einfach ab und stelle mich in das dunkle licht und ihr findet 3000 aufrufe steht recht ich hoffe ihr habt das gefühlt ich hoffe ihr habt das gefühlt ich war ein bisschen scared daraus gibt es Punkteabzug weil wir kein licht haben wir können es ja nicht anleuchten es ist wie so ein anderes Spiel das man kennt oh mein Gott Gnu ich habe eine broken camera gefunden oh hier war also schon mal jemand anderes ist die echt kaputt oder ist das eine normale ey Leute whats up Gnu, Maxi und Fufu hier wir haben eine Kamera gefunden die hatte schon jemand anderes die hat einfach da gelegen also das ist schon echt äh critical die verkaufen wir critical Gott ihr schleicht so langsam könnt ihr nicht ein bisschen da vorne ist was 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 oh mein Gott ah 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 nein Hilfe lauf lauf wohin 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 ja ja wohin wohin ok ich nehme auf ich nehme auf wohin raus hier warte ich muss ihm filmen weil er wird getötet wo ist er wofu oh mein Gott hier seht ihr das, Leute seht ihr das oh hot eh ich muss weg lauf ich herv Hellleg nicht so schlecht. Nein! Scheiße! Das Spiel kann doch nicht so schwer sein. Verdammt. Du solltest laufen! Ich hab mich geopfert für dich! Ich wollte aber filmen. Your channel never took off. Man! Actually, you stopped making videos. Das ist keine YouTuber geworden. You never found anything else you wanted to do in your life. Oh, but then you realized it was only a bad dream. Oh, wir wachen wieder auf! Hallo Kalle, danke für dein Brain! Ey, Kalle, ihr müsst das mal spielen, das ist so lustig. Das ist wie... Oh mein Gott, das ist unsere Leiche. Ah, das seid ihr. Das ist wie Little Company, aber wir müssen immer Videos machen. Darf ich kurz Kalle das Video zeigen? Aber nur, wenn Kalle noch da ist. Kalle, das Video, was wir gerade aufgenommen haben. Das ist nämlich richtig witzig, weil das nimmt... Guck, der Maxi holt sich hier seine... Spiel starten. Holt sich hier die Kamera und dann haben wir quasi die Aufnahmen. Das Spiel speichert es ab. Unsere Sachen. Das ist richtig witzig. Ja, das wollte ich einfach nur zeigen und teilen. Na, warte mal, ich hab hier eine... Okay. Also, das schaffen wir jetzt, okay? Äh, ich nehme die Taschenlampe mit. Boi! Ja, ich nehme gleich zwei mit. Jai. Hey! Hey, ihr Schweine! Oh mein Gott, ich dachte gerade... Okay, jetzt aber. Es war alles nur ein schlimmer Traum, okay? Also, jetzt ist einfach, ne? Mhm. Mhm. Ah, das Monster war geil. Ich beleuchte das Monster, du nimmst auf. Und Gnu ist emotionaler Support und... Okay, ich hab zwei Taschenlampen. Zwei? Ja. Okay, das ist der Eingang. Wir werden jetzt reingehen. Doppelbeleuchten. Warte, sind wir bereit? Ja. Wir gehen rein. Wir sind bereit. Ich, äh... Ja. Ich wollte nur sagen, wenn wir sterben, dann... rächtet unseren Tod. Ja. Lasst ein Like und Gnabo da, Leute. Wir gehen jetzt rein. Subscribe! Aktiviert die Glocke! Ding, 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 ding! Kauft mein Merch! Hashtag Gnabo! Hashtag Hashtag Werbung! Filme etwas Gruseliges. Was? Aua! Ah, Minibani! Das hat gar nicht wehgetan. Okay, rechtblick verschlägt. Ist hier jemand? Wir haben noch 69% zum Bögen. Die Tür ist einfach auf in der Runde. Krass. Okay, jetzt nehmen wir nur die Dinger. Haben die so gut gemacht, ne? Weil es hört sich an wie so Monsterschritte. Du, wo ist alles okay bei dir mit der Taschenlampe? Das Monsterjagd. Was? Okay, lass nicht zu weit weggehen, okay? Okay, ja, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wo es zurückgeht. Ja, kann ich nicht zu garland gehen. Nee, die geht da von Gröner Neckar. Aber wenn sie nicht einfach geradeaus, wäre ja einfacher. Okay. Ah! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was tun wir jetzt? Oh Gott, ich hau ab! Maxi! Maxi, wo bist du? Pufu? Oh Gott, Pufu ist tot. Maxi, du Schwein! Oh Gott, Hilfe! Ich kann nicht mehr rennen! 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 Ist das hinter mir? Sagt, wie schlimm es ist! Oh mein Gott! Wohin müssen wir? Es geht nur! Es geht nur! Wohin müssen wir? Wohin müssen wir? Ich kann nicht mehr rennen! Ich weiß es nicht! Maxi! Maxi! Oh mein Gott, wer wird es verlaufen? Oh mein Gott, Hilfe! Oh mein Gott, er ist tot! Er ist tot! Äh, Maxi! Scheiße! Ich komme nicht mehr raus! Ich komme nicht mehr raus! Ich höre nur Pufu schreien! Hilfe! Help! Wo seid ihr denn, ihr Schweine? Das ist überhaupt nicht lustig. Hallo? Oh, da ist die Treppe! Oh mein Gott! mein Gott, ich hau jetzt ab. Pech gehabt. Scheiß auf den Fame. Vielleicht komm ich ja lebend raus. Oh Gott, du lebst noch. Hallo, Gnor. Lass zurückgehen, okay? Wir gehen zurück. Ja, Fufu ist tot. Wollen wir das kurz aufnehmen? Wir können das nicht machen. Wir können das nicht mehr. Wir müssen jetzt gehen. Tschüss, Fufu. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, sorry. Ich hab gesehen, wie er gestorben ist. Ich bin echt traumatisiert. Echt? Scheiß drauf. Lass gehen. Oh mein Gott, nein, Maxi. Er wird mich holen. Maxi, ich weiß, er ist hinter mir. Oh mein Gott, Maxi. Maxi, du gehst nur noch. Ich renne jetzt. Ich renne jetzt. Maxi, nein, ich kann nicht mehr finden, keine Ausdauung. Nein, Maxi, film mein Tod. Es hat mich geschlagen. Maxi, aber es haut nicht. Maxi, mach die Tür zu. Mach. Nein, lass mich rein. Warten Sie. Ah, Maxi, warte. Ich seh das abweilen. Oh mein Gott. Oh, meine armen Nachbarn. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich hab die oft noch nie gemacht. Oh Gott, das losst immer du, Maxi. das video muss ich sehen ach du scheiße das muss ich sehen ich will den film sehen die scheibe aufnehmen hier sie maxi die disk ist hier und da müssen wir sie ja die schien wie rein let's go popcorn ok okay das ist der eingang, wir werden jetzt rein gehen, oh mein das ist die Kuh ey, wir sind bereit, wir sind bereit, wir sind bereit, wir sind bereit, ich würde schon sagen, wenn wir sterben, dann rächtet uns vom Tod, geil, oh da, ist das genug, ach wie witzig, ich denke Fodis hat einen guten Outfit, ich denke Fodis hat einen guten Outfit, oh mein Gott, ich hab mitkommen, oh mein Gott, ich hab weg, ich hab weg, ist das geil, bist ja ebenst den Weg gelaufen, ich bin nicht sie mitgekommen, das Monster war so lange hinter uns her, geil ey, ich glaub ich hab meine Freundin verloren, ich glaub ich muss wieder zurück gehen, ohne die kann ich das nicht, ich glaub irgendwas verholt mich, ich bin mir sicher, oh die Aufrufe, Leute, das war glaub ich nur hinter mir war, doch nicht, hallo Glu, lass zurückgehen, okay, wir gehen zurück, der erste Ende ist gut, Ja, guck mal. Ist das geil? Ich wünsche euch alle Hütter und Sonnen. Ich bin echt traumatisiert. Scheiß drauf, was geht? Oh mein Gott! Ich drehe mich gleich um. Ich bin nicht von mir. Ich darf einfach nicht. Ich bin nicht von mir. Ey, das Ende ist gar nicht drin, wie wir so reingeflutscht sind. Ja, das Ende war so witzig, als wir noch ein Ding drin waren. Video speichern, Mann, ja. Geil. 151 Dollar für 1000 Aufrufe. Aber wir haben 1000. Komm, wir machen nochmal. Das ist witzig. Wir müssen schlafen, Lexi. Oh, das ist ja witzig. Oh Mann, ey, lustig. Also, dass man sich zusammen die Aufnahmen angucken kann, ist halt nochmal viel witziger. Es ist einfach genial. Also, dieses ganze Konzept, das ist wieder so cool. Man sieht ja, es muss auch gar nicht diese geile Grafik immer sein. Ich sag ja immer selber, es kommt nicht immer auf dieses... Hast du bei Lisa Company auch gemerkt? Genau, also einfach das Prinzip muss cool sein. Okay, dann nimm du ruhig mal, Fufu. Kameramann. Können wir eigentlich unsere Taschenlamm wieder auf? Alles klar. Mach du, Fufu, mach du. Ich mach dann in der nächsten Runde. Okay. Meine auch. Wollen wir was kaufen? Ja, wenn wir Geld haben. Wie viel haben wir? Ah, wir haben 1.000, ne? Hat jeder von uns 150 Dollar oder haben die zusammen 150? Soll ich mal was kaufen? Ich hab null. Ach, nur du hast, weil du das Video gemacht hast. Ach so. Ne, ich hab auch 151. Wo seh ich denn das? Rechts sieht man das. Rechts, rechts unten, rechts unten. Ah ok, dann hab ich auch. Warte mal, ich kauf mal ganz kurz was ganz günstig ist, ok? Was ist das günstigste? Ich glaub die Emotes. Was finden wir 20? Dann lass mal kaufen. Ey, man kann ja Emotes zu kaufen, dann kann man die Monster auch kaufen. Und Workout kannst du dort machen. Ne, ist ja lustig. Hagger. Hagger. Oh, Hagger, Hagger. 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 Hagger, Hagger. Hagger, Hagger, Hagger. Was bringt das? Ah, man kann jemanden wiederbeleben, aber es ist so richtig, wenn du entkommen von denen. Ja, bestellen. Ich hab einen Hagger bestellt. Okay, das zieht wir uns ein ab. Oh, süß. Ah, verrückt. Hey, cool. Auf den Kopf. Okay. Oh, einer kann's nehmen? Ja. War das süß? Mach das ruhig. Also ihr steht voreinander und dann umarmt ihr euch und dann sind beide ge... so heilt man sich. Oh, süß. Ey, warte, mach mal kurz. Ich glaub du musst das in der Hand haben. Warte, aber muss man das im Arm haben? Man muss das im Arm haben. Oh. Oh mein Gott, das ist ja wirklich. Ist das dumm. Das ist ja süß. Das ist ein Item. Hier, du musst das... Warte, genug guck mal. Oh mein Gott, ey. Sag mir, dass du beziehungsunfähig bist, ohne mir zu sagen. Beziehungsunfähig bist. Hier, Pupu. Warte, mach mal. Mach noch mal. Mach noch mal. Irgendwie. Oh. Oh, schade. Ich komm nicht weit genug weg. Süß. Du hast gekauft. Ihr müsst. Zwei. Ihr zwei. Los. Ach so, war du fünf? Ja. Queer Adventure Hunter. Flashback. Flashback. Wie umarme ich ihn denn? Okay, lass. Ich bin bereit, Leute. Linke Maustaste, während du das im Inventar hast. Oh. Super, ja. Hier sind wir zwei Totaltäuche. Hier sind wir nicht zu viel. Acht auf deinen Prozent rechts oben. Stimmt. Ja, ich hab noch 20 Prozent. Echt jetzt? Echt jetzt? Was zur Hölle tut ihr? Höp. 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 Ihr habt ihn dann leider festgesteckt. Ich hätte es jetzt eigentlich aufnehmen müssen, verdammt. Und du, Huck. Gibt es eigentlich auch eine andere Anleitung? Ach du. Mh. Okay. Wir machen keine Info. Ihr springt weiter. Ihr springt nach mir runter. Okay? Okay. Film dann hoch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der das überlebt, ne? Warte. Hä? Überlebt man. Hallo? Nee. Ah. 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 No Loser verwenden Treppen. Oh shit. Was? Ähm. Wer will für die Klicks was machen? Wer will für die Klicks was machen? Nee. Ich bin bereit. Bloß. Wer geht rauf? Ich mach's. Okay. Wir sehen da eine genug. Da sieht die Länge dann zu den Fernen. Die geht aus. Oh, ich hör hier irgendwas. Ich hab's mal ausgemacht, aber das ist echt nicht fassend. Äh. Ja, ich hör hier irgendwas. Und die Laser. Nee. Ringen sie mit? Ja. Und du lacht jetzt auch. Oh. Das ist das. Wirbelsäule. Haha. Das lass ich bitte als einzelnen Cut da. Wirbelsäule. Da ist wieder ein Laser. Wirbelsäule. 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 Blaubarschbube. Hä, was ist denn das hier? Buggy Laser. Ist gar nicht gut, ne, wenn ein Monster kommen? Ah! 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 Filmfufu! Oh mein Gott! Filmfufu! Nein! Warum immer ich? Ah! Hilfe! Hilfe! Aua! Ich bleib einfach liegen. Oh mein Gott! Ich lauf. Hilfe! Nein! Ich bin tot! Filmfufu! Filmfufu! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er muss laufen! Es ist so tot! Nein, nein! Er muss einfach nur laufen! Lebt Maxi auch noch? Oh ja! Maxi lebt auch noch! Hey! Diese Schweine lebt wieder beide, ne? Es geht weg! Das ist doch kacke! Man hat nie eine Chance gegen das Monster! Geil! Ich hab Angst! Oh! Du, wo lebst du noch? Es war schön mit dir genug. Du hast viel geschafft in deinem Leben. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh oh! Okay. Tschüss! Ich renne hier weg! Helft mir! Hinter mir ist irgendwas! Die beiden sich aber auch so nicht mehr finden, ne? Ist das der Rückweg? Oh oh! Es verfolgt ihn, ne? Oh Gott! Hi! Wollen wir zurück? Ich hab den Tod in den Busy! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Also Gnu ist tot, ne? Gnu ist sehr, sehr tot! Ich hab ihre Leidhäge drin! Okay, wie viel Prozent hast du noch? Äh 34! Okay! Willst du noch mal ein Monster sieben? Ich muss... Ich muss... Ich muss dich beschützen zuvor! Wenn wir Monster sehen, du hältst... Oh shit! Jetzt werden sie gierig! Das war's Gnu! Wir sehen uns in der Hölle wieder! Sorry! Aber... Warte, wenn wir weniger Leben verlieren, ist gut, dann haben wir mehr Geld von wo! Also... Mui! Wir haben die Krankenhausrechnung! Stimmt! Nein, unser Hack! Könnten ihr meine Leiche mitnehmen? Krankenhausrechnung für Gnu 5 Dollar! Geil! Ach komm, 5 Dollar ist ja gar nix! Leute, 5 Dollar hab ich euch gekostet! Fäng mal die Desk nach Hause! Ja! Wir müssten die 3000 Views heute knacken, Leute! Geil! Okay! Okay, pscht! Hier sieht man 2 Tropen Teufel, die sich nicht voneinander trennen lassen! Du fängst nicht zu viel! Okay! Aaaaaaah! Ne! Aaaaaah! 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 Hilfe! Hier sehen wir eine genug! Sie versucht die Laser zu durchqueren! Aaaaaah! Jetzt war ich das Video auch so leise! Ja! Ja! Oh! Wirbel, Leute! Oh! Wirbel, Leute! Wie du noch mal nicht umsäß und filmst, was das ist! Genug? Ja! Oh! 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 Komm nicht um! Es geht weg! Es war schön mit dir, Genug! Aaaaaah! Ach du Scheiße! Ready! Es ist Genug okay! Es ist Genug okay! Bei mir ist irgendwas! Hi! Bist du noch irgendwelche letzten Worte für Genug? Das war's, Genug! Wir sehen uns in der Hölle wieder! Hehehe! Aaaaaah! Bist du am Abend, Mexi? Oh! Shit! Al, wir brauchen nur noch 300 Aufrufe! Geil, let's go! Oh! Du das letzte Mal hast du jetzt die Kamera an! Okay! Ich darf's nicht verkacken! Aber nicht sterben! Nein! Ich verspreche's dir! Das ist mein Bett! Mein Bett! Mein Bett! Mein Bett! Oh! Geil! Ist das witzig! Das ist der letzte Tag! Okay! Eine Aufnahme für die 3.000 Videos! Wir werden Fame! Wir werden Fame! Wir werden Fame! Wir werden Fame! Ja! Wollen wir noch Equipment kaufen? Wir haben 300! Ja! Cool! Wollen wir eine richtige Taschenlampe? Ja! Bitte! Ich hab ne... Ich hab ne... Oder irgendwas, wo man sich gegen ein Monster verteidigen kann! Okay! Kein Geld mehr! Oh! Oh! Oh mein Gott! Was ist das für ein riesen Ding! Das ist ne long flash, Leute! Ja das ist... Damit wir besseres Licht haben! Dann mächt die gleich schön! Das ist nicht, dass die long ist so! Die passt nicht mal auf meinen Kamera Winkel rein! Warum hab ich gekauft? Was ist das? Ich hab was mitgekauft, Leute! Wolltest du vielleicht bei der Ding? Nur du filmst aber nicht die ganze Zeit, oder? Nee! Was ist das? Ja! Oh! Gib dem Video einen Daumen nach oben! Süß! Das machen wir gleich unten! Let's go! Okay! Du filmst doch nicht, ne? Weil das sieht aus, als würde... Was leuchtet halt weiß, deswegen... Ich filme nicht! Okay! Vertrau mir, Samariter! Hier, I'm sitting again! With these two nerds! Hilfe! Vielleicht ist die long flashlight! Okay! Kurze Anmode! Mit Emote! Machen wir dein Emote bereits? Kann nur... Wir haben nur 3 Sekunden für die Anmode! 3... 2... 1... Lass'n Neid da! Und wir gehen jetzt rein! Ja! Schau mal die long flashlight an! Geil! Man kommt richtig weit! Ist ziemlich lang halt! Ja! Wo ist der Eingang? Ja! Ja! Ja ist gut! Und der hier! Rechts daneben! Ich glaube es ist eigentlich egal, ob wir reingehen, oder? Es gibt ja überall Monster! Es ist ja vor allem der letzte Tag, ne? Denk dran! Die spawnen jetzt wahrscheinlich gleich alle! I'm a little bit scared! Das bringt viele Views, okay? Filmen ganz kurz wie du runterspringst und filmen dann wie wir runterspringen! Okay! Jaaaay! Oh Gott! Okay! Moment! Jetzt könnt ihr... Ja ihr könnt! Ich bin nicht mal die Mauer, die Kamera! Wuhuu! Wuhuu! Seh! Die! Oh mein Güddleß! Oh mein Güddles! Hallo! Jaaaay! Okay! Willkommen im Video! Alright! Ich glaube, wir dürfen nicht so weit rein. Ich glaube, die kommen jetzt gleich. Wir haben keine Angst. Wir begeben uns tiefer. Wir werden verlassen bekommen, vor uns die Ereignen. Okay. Weiter geht's. Okay. Oh, hier ist ja gar nichts, ne? Hier muss doch sein. Ich höre was. Oh, ist hier was? Ist hier was? Nee. Da hinten. Da hinten. Okay, ich film. Okay, ich geh. Aber die sterben. Er ist abgehauen. Ich glaube, das wird jetzt schon reichen eigentlich für die 3000 Views. Jaa. Oh, okay, warte. Boah. Das hat mich getötet. Got it. Got it. Okay. Wenn sie noch mit einsaugen lassen möchten. Nein, okay, wir gehen zurück. Okay, wir gehen zurück. Oh. Voll in my face. Okay, wir gehen zurück. Okay, let's go. Okay, wir gehen zurück. Okay, wir gehen zurück. Life could be green. Life could be green. Hui. 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 Hi. Hopp. Wollen wir wieder hoch oder nicht? Ja. Bitte. 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 Ja. Oh Gott, hör ich ja irgendwas hinter mir? Da wird man richtig paranoid, ey. Okay. Okay, wie dem Volklo. Hm. War es ja eben so rechts, ja, ne? Das war rechts, ja. Kann man doch holen? Oh mein Gott, erschreckt mich doch nicht so. Da kann man doch nicht hoch. Ja, da gibt es andere Eingänge halt. Aber lass mal nicht riskieren, oder? Oh Gott, Fufu ist gerade weggegangen. Also man muss halt nicht mehr da reingehen, ne? Ja. Hallo. Der ist da oben, aber ich will da nicht hin. Ich habe Angst. Ja, ich hätte... Das ist aber ohne nach vorne, oder? Okay, let's go. Ich mache zu und du filmst, wie du es dir zugehst und wie... Und sag dir auch auf Wiedersehen. Okay. Das war's, Fufu. Wir sehen uns. Oh mein Gott, ob die das wohl kommentieren werden, ohne Bro. Oh mein Gott, ich habe ja jetzt einen Faschland bin ich verloren dadurch. so okay dann machen wir uns die kamera auswählen und dann cool drücken okay die drei tausend schnacken war heute okay oh gott die mögen wenn wir uns betrunken ist der ford ist ich weiß es nicht hahaha geil 1200 mega aber so kriegt man richtig geil ganz geschafft nice dann lassen wir schlafen gehen und gucken was morgen passiert genau wahrscheinlich kriegen ja ich glaube dass wir jetzt auch mehr Aufrufe machen müssen. Und ich glaube, es wird immer schlimmer. Zwei Tage verbleiben. Ja, da fangen wir wieder von vorn an. Gucken wir mal, wie viel wir jetzt holen müssen. 45.000 Aufrufe. Was? Holy moly. Okay. Ja, das war auf jeden Fall eine geile Runde Content Warning. Ich würde das mit euch gerne weiter suchten in Zukunft. Ich auch. Aber nur, wenn wir alles auf meinen Kanal hochladen. Hä, wir teilen uns jetzt so dritt? Was ist denn das jetzt? Pupu, gib dich alles aus. Lass ein Like da, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns definitiv in den nächsten Videos. Und das werde ich auf jeden Fall noch weiterspiele das Game. Das ist richtig, richtig geil. Richtig Bock gemacht. Bis dann auch... Untertitelung des ZDF, 2020